Moin Leute und herzlich willkommen heute wieder zu meinem Schwer 300 Easy Aufgabe Guide und auch zum letzten Mal zu Reisenschnapschüssen, denn wir beenden das heute. Heute der siebte Samurai und sieben Elemente. Dafür müssen wir als allererstes zu diesem Ort hier gehen. Der ist die Hauptinsel von Inazuma, wie immer auf der Karte markiert. Wir drücken F. Es muss zwischen 19 und 24 Uhr sein. Man braucht einen Einhänder oder eine Stangenwaffe. Ihr könnt also den Main Character nehmen als Einhänder. Und wir müssen einen Steinergriff oder einen heftigen Schlag ausführen. Das machen wir jetzt. Dann haben wir es auch. Sehr nice. Und weiter mit dem Nächsten. Dafür müssen wir nämlich zu diesem Teleporter und von dort aus können wir ganz easy bis nach da drüben. Hier angekommen müssen wir an dieser Stelle F drücken. Die zwei Fotopunkte müssen im Bild sein und dieses Mal eine Elementarfähigkeit soll ausgelöst werden. Dafür nehme ich jetzt einfach mal Bennett. Aber ihr könnt jeden x-beliebigen Charakter nehmen und einfach E drücken und dann fotografieren. Dann haben wir das mit dem Bild. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Das war es wie gesagt jetzt mit dieser Reihe. Ich streame auch jeden Samstag um 18.30 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.